hallo meine lieben da bin ich wieder ja ihr seht richtig eben noch bei american heritage im schaukelstuhl mit der lieben sabine ryan nun wieder zu hause wenn ihr also vorher mein kringle candle video gesehen habt mit der weihnachtskollektion wissen wovon ich rede jetzt bin ich wieder zu hause und ich habe euch jetzt country candle mitgebracht ja die weihnachtsedition country candle 2023 ebenfalls sechs düfte an der zahl sehr sehr schöne dürfte ich hatte eigentlich erwartet nachdem das herbst die herbst kollektion ja sehr foodie war dass sie für weihnachten jetzt auch foodie mäßig wieder sehr unterwegs sein werden sind sie aber gar nicht wer hätte das gedacht es sind auch für die dürfte dabei aber nur zwei stück macht aber nichts ich freue mich darüber der rest ist trotzdem sehr gut sehr schön und wie gesagt ich war ja im laden und ich habe mir also das bundle mitgenommen um euch jetzt hier die dürfte beschreiben zu können und da haben wir jetzt auch direkt mit an oder machen wir doch so als erstes haben wir holly berry welcher ist es denn dieser ist holly berry so sieht er aus mit dem süßen vogel da drauf finde ich also echt schön gefällt mir sehr und was haben wir denn da da haben wir wilde himbeeren grüne blätter erdbeer strudel frische kiefer waldbeeren ceder amber und moschus ihr seht hat also mit food so gar nichts zu tun also naja nein so gar nicht stimmt ja nicht so es ist ja beere und so aber ihr wisst was ich meine und tatsächlich haben wir hier so einen wirklich schönen schönen beerigen duft das ist wirklich das erste was mir entgegenkommt und zwar haben wir wirklich himbeere und erdbeere das ist es vor allen dingen sind rote beeren sehr schön saftig auch mit säure also nicht nur die süße oder so sondern tatsächlich auch mit säure dabei sehr sehr schön ich kurbel mal wieder ein bisschen am dort hier weil ihr wisst ja das macht ja noch mal den duft gibt noch mal so schön frei so und um diese wunderschön rote beeren note rangt sich wirklich eine frische kiefer und das ist wirklich kiefern duft es ist nicht einfach nur tanne sondern es ist tatsächlich kiefer es ist sehr schön mag ich total gerne ceder gibt ein kleines bisschen holzigkeit dazu aber wirklich nur ein bisschen ist also kein großartig holziger duft oder so überhaupt nicht amber und moschus tun hier genau das wozu sie meistens eingesetzt werden sie machen das ganze nämlich nach unten schön rund ja geben also ganz leicht weichheit rein und das ist wirklich ein schöner duft den ich also wirklich also der gefällt mir richtig gut diese muschung aus aus beeren und tanne ist hier wirklich also oder kiefer besser gesagt ist hier wirklich sehr schön eingefangen ist auch schön frisch also wie so ein ja weiß ich wie so ein advents gesteckt mit so mit so beeren dran und so weiter also ist schon toll ist schon toll so was kommt jetzt blue spruce heißt der nächste kandidat da ist so sieht er aus und da haben wir sibirische kiefer du glas tanne frische kiefernadeln und warme winterhölzer und das ist wirklich ein sehr schöner tanniger duft und das hat also das ist ein duft sage ich mal man kennt dieser diese richtung also das ist nichts neues was es noch nicht gab aber ist hier insofern schön umgesetzt weil es auf mich wirklich diesen eindruck macht an einem kühlen verschneiten wintertag durch eine tannenschonung zu gehen ja also nicht nur einfach durch den wald sondern durch so eine tannenschonung seid ihr schon mal richtig durch so eine tannenschonung gegangen wo also nur wirklich nur tannen stehen tannen und kiefern das ist noch mal ein ganz anderer geruch als wenn es einfach nur so durch den wald geht wo auch blattgehölze und so weiter dabei sind und das hier hat wirklich was für mich von so einem kühlen verschneiten trotzdem sonnigen ja aber schnee liegt rum tag wo man spazieren geht wo man das wetter genießt irgendwie die sonne genießt und dann durch so einen verschneiten wald geht also spricht durch so eine verschneite waldtannenschonung ja also ist total schön schnallt und das gefällt mir sehr gut also für mich ist das ja ich liebe ja sowas und wenn ihr sowas halt auch mögt also auch sehr naturnah seid und gerade eben auch tanne bäume kiefer ja und so diese ganzen sachen und dieses kühle dabei es ist wunder wunderschön also ein duft der mit sicherheit bei mir dann doch die tage jetzt wieder kommen mein zu hause schmücken wird dufttechnisch da bin ich mir ganz sicher so kommen wir zum ersten food duft der da ist da haben wir nämlich white chocolate cheesecake white chocolate cheesecake so und da haben wir hafer dann haben wir da reiche creme also reichhaltige creme das heißt also ich bin da so ein bisschen bei schmand sahne buttercreme sowas in der richtung kardamon vanilleschote und gewürze das ist wirklich ein food duft das kann man nicht anders beschreiben das ist ein ganz fetter fetter food duft sehr vanillig das ganze sehr cremig sahnig also man merkt wirklich dieses dieses reichhaltige ja dieses dieses kalorienhaltige böses wort nicht gut für meine linie ja und wie gesagt ich habe ja also auch den kardamon ich habe auch die anderen gewürze also aber das ist so es hat tatsächlich es tendiert richtig wirklich in richtung weihnachten weil man hat so diesen diesen weihnachtlichen gewürzt touch aber ohne dass man jetzt sagen kann um da riech ich aber zimt oder um da riech ich aber nelke nee das 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 riecht man tatsächlich einzeln so nicht sondern es ist eine sehr volle mischung aus diesen ganzen gewürzen wo man nichts einzeln außer dem kardamon so ein bisschen der ist tatsächlich ein bisschen stärker vorhanden aber der rest ist wirklich sehr gleichwertig verteilt und ergibt einfach so eine weihnachtliche richtung dazu wie gesagt die die creme also dieses sehr kalorienhaltige ja und ich rieche tatsächlich auch den hafer also es hat so ein bisschen was von von cerealien und diese gesamtmischung zu vor allen dingen durch diese reichhaltige creme ergibt es auch so ein duft in richtung weiße schokolade ja also das alles zusammen hat tatsächlich so ein weiße schokolade touch auf jeden fall allerdings muss ich sagen cheesecake warum man das jetzt cheesecake nennt das weiß ich nicht weil mit käsekuchen hat dieser duft wiederum für mich nichts zu tun aber ich bin ja auch kein food experte also kein foodie duft experte das muss ich ja sagen wenn also ihr da draußen ihr gestandenen foodie experten sagt was das riecht doch volles brot hier nach käsekuchen dann glaube ich euch das sofort ich kann es nicht vergleichen weil solche dürfte gehen bei mir halt leider nicht so ein und aus und als solches ich kann nur sagen käsekuchen riecht für mich ein bisschen anders deshalb hätte ich das nicht mit käsekuchen in verbindung gebracht aber definitiv mit sehr reichhaltigen kuchen gebäck mit sahne mit weißer schokolade mit vanille vor allen dingen und eben diese diese dieser 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 schlag weihnachtliche gewürze dazu ja also das ist wirklich ein sehr reichhaltiger foodie duft und für foodie fans mit sicherheit ganz großes kino so kommen wir zum zweiten food duft den es gibt und zwar ist das peppermint kakao peppermint kakao ist das ja und ja auch das ist kein neues thema in der duft kerzen welt da habt ihr recht diese pfefferminz schokoladen düfte gibt es tatsächlich von vielen kerzen firmen ja und auch country candle hat sich jetzt daran gemacht aber auch dieser duft riecht wie die meisten schoko pfefferminz dürfte nach after eight und ich habe das glaube ich bei anderen auch schon mal gesagt so diese diese assoziation mit after eight die habe ich auch hier aber tatsächlich finde ich den noch näher an after eight dran weil after eight ist eine zartbitterschokolade mit pfefferminzcreme und die anderen interpretationen die ich kenne die waren sehr süß und haben sich wie ich es empfunden habe oft mehr an vollmilchschokolade orientiert aber hier habe ich wirklich zartbitterschokolade das heißt dieser duft hat natürlich eine gewisse süße das kann nicht fehlen aber dennoch auch eine gewisse herbheit wie gesagt durch die zartbitterschokolade und das macht ihn für mich tatsächlich so in dieser riege der after eight dürfte tatsächlich am also da setzt er ihn ganz klar an erster stelle ja also das weil es ist wirklich so also so wie das schmeckt so rieche ich das ja auch drin sein soll pfefferminz schokoladenstückchen pralinencreme vanilleschote minz hölzer schlagsahne und moschus und daraus kommt einfach tatsächlich ein super sehr lecker und sehr authentischer after eight duft wie gesagt top thema zartbitterschokolade also zartbitterschokolade und minze gehen vorne ganz weit hand in hand und das sehr schön umgesetzt wenn also die schokolade mögt ja bei peppermint kakao seid ihr da sehr gut aufgehoben das ist wirklich sehr gut gemacht so kommen wir jetzt zu nummer 6 wishing for christmas heißt der wishing for christmas und da haben wir weihnachtskekse frische kiefer vanille und zuckerrohr und da kommt nicht annähernd so ein foodie duft raus wie man vielleicht denkt nein ist es nicht das ist in meinen augen oder in meiner nase besser gesagt kein foodie duft er hat zwar eine ganz leichte keksige note aber die ist ich finde ziemlich im hintergrund ich habe auch wirklich eine kiefernduft dabei ich habe auch die vanille da und süßes zuckerrohr habe ich auch aber das ganze ist so irre abgemischt dass es wirklich keinen foodie duft ergibt man aber trotzdem diese foodie komponenten riecht kann ich ein bisschen schlecht erklären klingt vielleicht auch ein bisschen will aber ist tatsächlich so ja und insgesamt ist das ein sehr weicher duft wie ich finde sehr also ich kann ihn echt schlecht beschreiben er ist einfach nur schön also für mich definitiv die nummer zwei meiner hitliste aus diesen sechs düften weil er ist hat er hat was weihnachtliches und doch wieder nicht er hat was feierliches und doch wieder irgendwie nicht er hat was foodiges und irgendwie doch wieder nicht ich kann es ganz schlecht erklären den müsste ich selber ausprobieren er ist einfach nur wunder wunderschön bin ich also ich bin überzeugt er wird vielen gefallen also meiner nase ist er einfach wunderschön weil ich wie gesagt ich habe ein kleines bisschen keksaroma ich habe ein kleines bisschen kiefern aroma ich habe ein ich habe etwas vanille wobei ja die vanille ist dann doch die richtung sehr sehr gut zuckerrohr gibt halt die süße rein und das ganze ergibt aber dennoch nicht wirklich einen foodie duft ja sondern tatsächlich irgendwie was feierliches warmes herzliches irgendwie sowas in der richtung sehr sehr schön sehr sehr schön also wishing for christmas ist für mich wie gesagt aus dieser kollektion hier wirklich definitiv an platz zwei und sensationell schön also gefällt mir so kommen wir jetzt zum letzten duft das ist die nummer sechs und der heißt tis the season ja und da habe ich jetzt kein daylight für euch sondern da habe ich gleich die große kerze weil wie gesagt ich war ja bei american heritage und ich durfte mir die da schon mitnehmen ich durfte mir die da schon mitnehmen und darüber habe ich mich gefreut wie ein schneekönig ja denn dieser duft für mich die absolute nummer eins aus dieser kollektion aber aus also einmal weil er mir wirklich sehr sehr gut gefällt wirklich komme gleich dazu wie er riecht aber weil er für mich tatsächlich also für mich persönlich halt noch etwas mit transportiert was für euch natürlich jetzt sicherlich nicht der fall ist aber für mich halt und ich war überglücklich als ich diese kerze mitnehmen durfte also an dieser stelle wirklich vielen vielen lieben dank sabine so aber was macht denn tis this season so besonders wir haben hier bergamot blaue lavendelzweige eine prise muskatnuss helle eiche in cardamom balsamtanne vanilleschoten gefrosteten zeder und amber so und da kommt heraus eine ebenfalls unglaublich weiche sanfte liebevolle harmonische umarmende ich kann das gar nicht also es ist wirklich so ein duft der genau so ist wie das was ich gerade alles gesagt habe der ist weich der ist ganz sanft also nicht schwach nicht falsch verstehen der ist überhaupt nicht schwach hier ich habe den auch schon gebrannt also den riecht man gut sondern er ist von der von der art her einfach ein ganz sanfter duft den man schwer beschreiben kann weil ich jetzt nicht sagen könnte aus den sachen die ich gerade aufgezählt habe dass man da genauso wie bei dem du vorher auch ja bei wishing for christmas dass man da irgendetwas ganz besonders sofort heraus riecht oder so das ist nicht der fall es ist einfach wieder diese mischung diese unglaubliche die diesen duft ausmacht und ich muss sagen das habe ich so tatsächlich auch noch nicht gerochen woanders also ich könnte jetzt nicht sagen ich rieche auf jeden fall lavendel oder ich rieche auf jeden fall bergamot oder ich rieche auf jeden fall muskatnuss das kann ich nicht es ist wirklich eine mischung die extremst ausgewogen ist so dass nichts davon hervor sticht sondern eine einheit ergibt die einfach nur wunderschön ist und für mich für mich ist deshalb zusätzlich noch wunderschön also das hätte mir sowieso gefallen davon mal abgesehen aber für mich ist er tatsächlich deshalb noch so schön weil er erinnert mich der hat mich sofort ganz weit in meine kindheit zurück geschickt und zwar in die 70er jahre als ich noch so als klein elli durch die gegend stöpselte ich bin ja schon ein älteres semester das kann ich ja nicht verbergen das seht ihr ja daher in die 70er jahre und meine mama leute ich schwöre es euch die hat genauso gerochen sie hat entweder war es ein parfüm oder es war eine lotion eine creme ich weiß es nicht irgendetwas pflegendes war es was sie benutzt hat und wenn sie das aufgetragen hat hat sie so gerochen und deshalb hat mich dieser duft so umgeworfen weil meine mama die habe ich schon seit vielen vielen jahren leider nicht mehr sie musste schon gehen von dieser welt und deshalb hat mich das unglaublich also dieser duft der hat mich einfach fertig gemacht aber im positiven sinne ja und deshalb er hat anscheinend was heißt anscheinend also er bringt irgendwie auch noch so eine pflegenote mit so was von von gepflegtheit ja wie gesagt sei es jetzt body lotion parfüm creme irgendwas in der art also er bringt so ein bisschen pflegecharakter mit ohne jetzt aber parfümlich zu sein oder so ja also deshalb er ist er hat was unglaublich sanftes was sanftes harmonisches freundliches also ganz ganz toll und mich begeistert der unglaublich wie gesagt auch wenn ich jetzt dass diese gleichheit zu meiner mama dieser dieser duft wenn ich das jetzt mal außer acht lasse ist der duft hätte mich trotzdem wirklich gefangen genommen das muss ich wirklich sagen der ist also extremst schön und genauso wie die kringle kennel christmas collection könnt ihr natürlich auch ab heute 29 september die country candle sachen die country candle weihnachts kollektion bekommen die ist ab heute im shop erhältlich und wie gesagt ich durfte schon vorschnüffeln und toll gefallen mir beide kollektionen sehr gut und das hier ist aber wie gesagt echt mein ultra schätzchen mein ultra 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 schätzchen und ich bin mega glücklich und sehr dankbar dass ich das als kerze hier schon gleich mitnehmen konnte und da freue ich mich also wahnsinnig drüber ja so ihr süßen ich hoffe es hat euch spaß gemacht und ja tobt euch aus vor allen dingen lasst euch wishing for christmas und tis the season nicht entgehen also schnüffelt da rein es sind wirklich zwei düfte die ich ganz toll finde weil die ganz viel harmonie ruhe liebe weiß ich nicht einfach ein gutes gefühl verströmen so ein gutes wie nennt man das so harmonisches familiäres tolles miteinander verströmen da sind die beiden dürfte für mich also einfach mega toll getroffen ja auch der wishing for christmas hier also genauso wie tis the season ja also die zwei die haben mich richtig gecatcht aber mal so richtig so ich hoffe ihr hattet freude daran ich hatte das auf jeden fall bleibt mir gewogen seit das nächste mal gerne wieder dabei macht's gut meine süßen